Fernseher, Fernseher! Ah, das ist wieder der Scheiß. Der läuft überall im Fernseher. Na, wo ist denn die? Wo denn? Ach so. Du denkst, es ist sie? Nein, ich glaube, es ist der Weihnachtsmann. Niemand wusste, dass diese Aktion so groß ist. Ich sagte, wir sollten ihn in der Stadt töten, oder? Jetzt ist es sehr früh für das. Wir sind hier hier. Wir können hier nicht hoch, bis auf die Treppen, und die Treppen kann ich hier gut bewachen. Wir müssen hier, wenn du nicht wachst, oder? Wir müssen hier, wenn du nicht wachst, oder? Okay. Beintreffer. Und du auch noch? Schluck. In deinem Gesicht. Warum mache ich das, Max? Das ist so verdammt! Unser Tag hat angefangen, mit uns zu schlafen und zu schlafen. Und es wurde progressiv noch schlimmer. Mein Glück fuhr zu schlafen. Oder eher, ich fuhr zu schlafen. Ich kann sie auch nicht umbringen, dann bringen sie uns, und das ist bestimmt auch besser. Der macht gerade Dehnübungen. Okay. Noch mehr Muni, vielleicht Pillen irgendwo. Nicht. Hier drin vielleicht. Aha. Okay. In letzter Zeit finde ich irgendwie so viel Zeug. Okay, weiter geht's. Ja, chill. Ja, chill. Should we wait here for Basos? No, it's not safe enough. Come on. Motivation! Max. less. Du bist derjenige, der inbremst. Nein, du bist derjenige, der inbremst. Bisschen mehr Stöhnen, bitte. Ich werde es ausprobieren. Bleib hier. Ah, noch was. Okay. Ah mein Gott. Er hat Aiming-Skills, Alter. Ich träg doch deinen Kopf noch hoch. War's das? Nein, natürlich nicht. Wie viele Leute leben noch in dem Büro? Und... Bäm, das war's. Doll. Pfff. Okay. So. Waffen aufheben. Waffen aufheben. Aber was, 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 was? Ich dachte, das war's. Waffen aufheben. Okay, Pellen. Sehr gut. Was haben wir hier? Auch nix besonderes. Okay, weiter geht's. Lass die Luft rein. Lass die Luft rein. Lass die Luft rein. Konzentrieren. Ah, die Sicherheitstür lasse ich mal zu, ah, goldene Waffen, thanks. Leise, ich bin konzentriert. Okay, dann mache ich halt auf. Nicht durchgehen. Springen. Warum rennt die auch immer so vor? Nein, die Güte. Oh, Frau am Steuer? Weiß ich nicht. All right, now listen to me. I give you the word, I want you to slam it into gear, full on the gas, and drive us the hell out of here. What? Just drive the fucking thing straight and keep on going. Relax, you can do this. Ready? Go. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. You're doing fine. Oh mein Gott. Try to stay calm. Und dir dann halt. Wo kommen die nächsten Typen? Keep going. I don't know what I'm doing. Just keep your foot on the gas. Zeig der Frau am Steuer. Töne. I don't know. Ah, shut up! Mach! 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 Ich habe gerade gesetzt. Sie fliegen die Rakete nicht gesehen. Ich kann das nicht machen. Mach! Best optimist ever. Oh my god. Oh my god. Huh, now I'm going to pay for a woman. Giovanna. We're okay. We're okay. Are you good? Oh, yeah. Yes. That handy piece of driving. We gotta get out of here. Quick. Son of a bitch. Quick. Come on. Giovanna, go. I need you to get up to the roof of this building and get the passers. Tell them to wait for me now. Go. Jump. Go. I'm going to fight all the guys, that's clear. Go. 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 Okay. Go. Go. Alter, das hat das viele. Ich finde nur sozial, dass alles explodiert. Ah, da lebt noch einer. Da war auch noch einer. Alter Schwede. Wir hätten die fliegen jetzt ohne ihm. Ich dachte nur, dass ich auf den Rücken geheißen habe, wenn mein Saviour und Freund, der Mann, für den unabhängig Kind, den ich gerade umgebracht habe, hat mich entschieden, ohne mich zu verlassen. Das sage ich. Oi, Max! Geh in, schnell! Geh in, schnell! Ich kann nicht glauben, dass der Mann einfach auf mich fliegt. Nach dem alles, was wir haben, habe ich seine Leben zu retten. Wer? Raúl Passos? Ja, Raúl Passos. Ja, ich weiß, ich dachte, dass ihr alle sehr nahe waren. Wir waren. Na, du wißt du was? Ich habe eine Nachfrage gemacht. Jesus. Ich denke, ich dachte, die zwei von euch arbeiten für Roderigo Branco. Ja, so? 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 Du warst von Victor? 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 Nein. Raúl Passos hat das. 6 Mal. Nachbinden nach ein paar Monate, bevor du bist. Er hat sogar für einen Ticket für ihn, um zu New York zu gehen. Warum? Ich weiß nicht, meine Meinung ist, dass du zu treffen. Aber warum? Ich weiß nicht, vielleicht er dich ließ. Ich weiß nicht. Vielleicht dachte ich, dass du eine Pause brauchst. Das ist lustig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht wollte er ein dummer Gringo, um hier zu kommen, um hier zu schießen, und vielleicht um Roderigo zu nehmen, um ihn zu schießen. Ich glaube nicht. Warum? Weil du nicht ein dummer Gringo bist? Oder weil du bist? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. Mal frag dich etwas. Was? Aber was ist das, was du wirklich glaubst, dass du da 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 in Panama machst? Hm? Und nicht sagen, dass du so naiefst, dass du da 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 da, um eine Frau zu schützen. Ich wusste nicht was zu sagen. Ich war so viel in Panama, dass ich mir selbst nicht vergessen kann. Ich weiß, was wirklich sehr schwer sind. Panama hat mein zweites Job mit Passos. Hey, Max! Max! Komm schon! Der erste war einfach. Geld für bangehörteren, bei einer freundlichen Wettbewerb in den Karibbean. Das war so einfach einfach. Das war so einfach. Es war der Mitte des Tages. Und wie ein selbstverständliches Idiot, ich war halbiert. Oh, Nossa! Nichts wie ein gutes Blows machen, ein gutes Freund auf dem Boden. Dafti! Komm her, ich liebe das! Oh, Marcello! Du wirst du die Death of mir sein! Alfredo Morschach! Du bist in New Jersey, nicht Max? In ein paar Möglichkeiten. Hey, komm, das ist großartig! Ja, ja. Everybody's drunk and tanned and listening to Hausmusik. Most of them have plastic surgery and they're all doom blow. I guess it is kinda like Jersey, huh? Haha, that's very funny, Max, eh? Hey, soldier! Oh! Saute! Was ist das bitte? Oh, Mike! Ich hab's mit dem Zeichen so viel zu verholt. Ich hab mich sehr viel verholt. Ich hab mich sehr komisch verholt. Ja, das ist großartig. Man kann immer noch einen neuen. Solange! Ich hoffe, du nicht auf der Arbeit nimmst, Herr Schauspieler. Haha, wöchig! Ich hoffe, du bist! Haha! Ich hab's mit dem Ejo, hm? Ich hab's genug zu bebagen. Ich hab's mit! Ich bah's wiederum! Haha! Haha! Oh, Mikey! Auch wenn wir gerade besonnen haben, ich fühle mich, wie wir gön.